hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft galactic science bei mir wie immer dabei da draußen hockt er rum exidians moin und wir bereiten uns eigentlich nachbarn auf eine weite reise vor und zwar mal gucken ob wir das diese folge schaffen oder erst nächste folge aber ich denke mal nächste folge erst wegen maus besuchen und nie wundern ja man hört jetzt mehr man hört jetzt uns lauter beziehungsweise man hört die geräusche im spiel jetzt lauter weil ich hab da was ich hab da mal was gebaut womit man eben halt die geräusche besser wahrnimmt und zwar moment diese dieses frequenz modul ist eben halt dafür da dass man besser hören kann habe ich auch bloß im single player erfahren dass das man kriegt man hier ja gar nichts auch das ist das utopische das muss ich auch noch nicht wo ist denn der hammer habe ich auch nicht immer kriegern weil wir brauchen nämlich noch gold weil das bisschen gold was wir hatten hat nicht gereicht noch ein paar geförter banks warte mal kurz nein nee weil das gold hat nicht gerecht deswegen und somit haben wir dann eben halt im endeffekt noch einen größeren strompuffer lieber ein bisschen zu viel strompuffern als zu wenig so da kann ich die dann abbauen das raffen nach ihr zwar nichts mehr aber das ist ja eh gleich wieder vergeben und vergessen äh die sprüche schon äh die sprüche schon also eisen redstone jetzt hab ich das redstone und zurückgekriegt da hast du ihn in berlin getan ja gut so redstone und eisen mal schauen ja vier kriegt man dafür raus also 44 zusätzliche bank haben wir jetzt hier hinten auch drangebaut wohl ne da ist ein strompuffer so und da das eben halt modular ist können wir rein theoretisch die auch noch hinsetzen somit haben wir eben halt eine speicherkapazität von 6 millionen rf ja ich nehme das gold ist doch gar nicht einzeln mit ich auch nie ja was ist das äh wieviel kapitel müsst mitnehmen also ich kann ich kann 256 stags tragen so mit einem fünffach kompressen krieg ich mehr bestimmt bei einem fünffach kompressen krieg ich mehr bei einem fünffach sind 59.000 hochsteuern ja wie machst du das alles auf immer rein mit shift und dann doppelklick mit dem stehst du im weg wie wir sind jetzt um die berl kloppen so soll schon den nächsten sollen die kannst du ja wieder dran das finde ich nicht gut dass das was kann ich hier stehen bleiben mit also ich habe mir damals in den torx eingestellt dass ich bloß schiff klicken braucht für das gleiche zum reinsetzen so 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 wir müssen ein bisschen langsamer machen hat kein strom ja auch du scheiße alter ich jetzt erschrocken nur damit zu sein verlassen und die kapazitäterbank ist noch nicht auch leer ich weiß auch warum warum ich krieg den mal hier unten mit ans stromkabel wenn wir noch eins haben und Das war's. Wenn du legst, wir haben jetzt schon einen Vierfach-Kompressten. Äh, acht. Neno, fällt jetzt noch einer für einen Fünffach. Haben wir schon zwei Fünffach. Oh, der Sonne geht wieder auf dem es aus hat. Zack. Wie viel kommt, wie viel müsst ihr Angst mitnehmen? Ja, das eine Barrel hier oben jetzt noch. Da dolly. Das geht auf den Klickfilm. Der Finger. So, wir mit zwei Fünffach-Kompresster. Ich würde sagen, die beiden Barrels hier noch leer machen. Hm. Was kriegst du denn? Schaden? Ich bin Sauerstoff mehr. Nöööö. geht mir aber fast genauso lass mich doch mal eben bevor ich hier gleich abkratze na dann hüllt doch schnell sauerstoff ja nimmt so viel cobblestone wie hier rumliegt ich habe mal kurz den fünffach komprimiert rausgeholt warum weil das sonst die weiterarbeiten konnte weil der platz mangelt wort deswegen warum auch immer du verstopfst den jedes mal du verstopfst den jedes mal ach so nur weil du kennen hast musst du wo ist denn da jetzt was hochgegangen sag mir doch dass ich nur ein herz habe weil ich es auch riechen kann ich habe auch noch bis zweier wie lange haben wir jetzt eigentlich schon was aufgenommen 15 13 nein was los ich habe gerade zwei spinnen lieb haben wollen puh selke noch die ist in der merkel oh oh So, Also 59.000 müssten bereichen, oder? Inwiefern? Na, komm, bist du uns? Der ist ein-fünffach, oder? Der ist doppelte dann. Ja, 100.000. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Weg, 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 weg. Aber nichtsdestotrotz, was ist das? Was ist das erstmal mit der Folge? Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin. Ups. Tschüss. Tschö.